noch mal noch nicht mehr so viel Zeit hier ist dann heißt du er ich dachte ich ich dachte schon kurz ich will diese Lisa in welcher 2 durchgegangen wo stehst du ja gut ja hier Moment wir hatten okay 3 1 Hallo meine Lieben und so willkommen zu einer Runde Traps Survival Games mit einem Spezialo Gast Spezialo Gast Spezialo du bist da ne ja gut ich folge dir okay weil du ich auch nicht weil du bist aber ich ich vertraue dir weil du bist der King wieso hat der ein Pferd warum hat der ein Pferd und ein Pferd das ist hier die Frage alles klar Rhyme Master ich hab gar nichts ich folge dir ne ja so geht es mir dann halt auch eigentlich Schutzzeit vorbei da steht ne Kuh wie wäre es wenn du jetzt mal wegschwimmst? ja guck mal hier ich hab ihn zu dir ja weil ich YouTuber weil ich genau ja was machst du denn ich kann nicht laufen ich schwimme gerade ja mein ich doch ach du scheiße hab ich einen hässlichen Skin ja warte was passiert wenn ich mich jetzt annicke meinst du dann der lässt mich in Ruhe nein ne ein Giftregen ein Giftregen ey der greift mich gar nicht an ey was ist Giftregen? äh muss sich irgendwo unterstellen sonst wirst du vergiftet das ist ja schwul er greift mich einfach nicht an warte ich hab meinen nicknamen zurückgesetzt guck mal ich muss besonders sein oder achso das ist warte komm hier bevor du vergiftet wirst komm hier rein oh Gott er stellt sich direkt in den Regen ja jetzt stehen wir hier unter der Brücke wie so richtige Penner warte hast du ne Waffe? ne die wollen mir keine Waffe geben da kommt der dritte an ich hab gehört du gibst mir jetzt mal deine Waffe und ich töte die alle okay? und dein Brustpanzer warte ja genau das war der Plan warte so töte zuerst den hier mit Waffe hier den da den da ja der da hier mit dem Brustpanzer und Waffe und bring ihn einfach um ok gut dankeschön so und jetzt den hier das sind richtig die Assis aber warte den da lassen wir am Leben nein 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 den da hinten lassen wir am Leben der hat uns wir brauchen jetzt mal Essen wir müssen uns versorgen ja ich bin ich bin full life warte ich hab ein Heel to rank ich bin tot ups der Countdown ist schon vorbei ja jetzt heißt du Elite Griffin nein nein Moment Moment das ist das hä? was ist das denn jetzt für ne Map? ja egal AURA PVP lauf durch das Tor ok was bin ich? Cover Crafter was zur Hölle bin ich? ich bin ein Shiggy ne ich bin ein blaues Glumander auf deinem Rücken ist ein Spermium das ist kein Spermium das nennt man auch ne Flamme ich glaub das ist ein Spermium und ich hab ein Pferd FIGA ich hab ein Pferd okay ja wo bist du denn? hinter dir ja gut pass auf da hinten ist ein Kischt die hol ich mal das ist das Ende der Geschichte ja ich hab ein Schwert ich hab ein Schwert und hab ne Speedkiste alles klar ich will die Leute das auf dem Pferd bin ich ja ja hab ich gesehen so warte den hol ich mir sofort boah ich bin mega schnell ja warte warte brauchst du ne Rüstung ich hab hier ich hab noch ne Lederrüstung gut ok stopp mir die Rüstung oh shit lauf hau einfach ab hau einfach ab hau einfach ab rot alles klar weißt du ich dachte man bekommt auf dem Pferd keinen Schaden also ich hab ich hab ohne dich keinen Bock zu leben ach das ist ja unfair das ist ja auch ein Viererteam soll ich jetzt hier in die Lava oder nicht? ja ok ok oh dieser Spielmodus ne der regnet auch ok ich bin einfach Buzz Lighty oh wei was geht was geht man lauf in die Mitte pass auf dass du nicht erwischt wirst von einem herunterfallenden Amboss oder von einem Lost Top eh eh oh krass ich hab gar nichts wo bist du? hinter hinter da ist ein Rewe ach du scheiße ich bin langsam und seh nix nein nein haut ab haut doch alle ab nein 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 ich seh nix bist du das da hinter mir? ja ich dachte du wär das gegeben komm mit ich hab mal ich hab mal ein Geheimvideo gesehen da wurde ein da wurde ein Geheimgang gezeigt ich muss nur wissen wo der ist ah ja ich weiß wo der ist aber das ist voll kompliziert wir sind dran vorbei gelaufen ja aber das sind auch keine Kisten doch klar hab eine ach so krank der Regeneration Eisenachs dafür ne Zintenfischkiste geil ich hatte so ne Kiste da jetzt war ich in Copwebs gefangen ja ich hab Zintenfische geholt bist du das da hinten? ich glaub wir müssen mal den Rewe-Server ach so das bist du ach so ja machen wir mal den kompletten Server oder nur Rewe? mit Rewe und den Server ach so beides ja ok und wir melden Rewe dann auf YouTube mach ich hab ich sowieso schon gemacht es regnet es regnet jetzt in das scheiß Haus rein das ist geil hier ist ein Keller oh ja pass auf da ist eine Falle echt jetzt? äh ja was passiert? wo wo? hier ist ja da ist ein Knopf ja soll ich den mal drücken? ja drück den mal hab ich gemacht? das passiert gar nichts alles klar hä? ah da öffnet sich ein Geheimgang und du sagst da ist der Falle ja ok ja dann kann sein dass das auch ein Geheimgang war wenn du das schon so sagst oh Lava und ein Jump in Drohnen ja traust du dir das zu? hab's schon geschafft ach ich muss erst äh ich bin runter gefallen weil der leert das dick ich war grad beim Ausgang ich will ja rüberspringen meine leertaste geht nicht ja komm komm dann schaffst du das doch mal ich hatte richtig gut Equip ich hatte ne Eisenachs ich hatte Kettenrüstung guck mal ich bin was leid hier ach du siehst mich ja gar nicht und dann hast du das Equip verloren so sieht's aus so sieht's aus willst du die Runde noch zu Ende spielen? nee nee dann geht um eine neue mit mir zu spielen ist unmöglich ich wette du verzweifelst auch schon weil du die ganze Zeit denkst oh wann schaffen wir denn mal eine Runde ich denk mir so kann der Junge überhaupt irgendwas? ja durchaus kann ich was ja was passiert? achso hat sofort angefangen oh warte dann muss ich mich ja jetzt nicken ich bin nicht in der Runde ich bin nicht in der Runde okay slash Pornhub slash Pornhub ey was denn auch sonst? glaub ich muss in die Lobby kann das sein? das ist gut möglich ja ist ja nicht erlaubt ich hab einen lila Namen schau mal ich bin YouTuber du hast keinen lila Namen doch das ist weil du mit mir in einer Party bist du Idiot nein das kann nicht sein nein? okay dann nicht ich bin YouTuber achso ja bei mir hast du einen grauen Namen ja ja das denkst auch nur du ich bin HD Latina ja geil ja wo bist du denn? ja ich steh auf dem Trampolin Trampolin? ich bin immer noch in der Lobby also oh Gott ist sie jetzt drin? nein der Server war doch nicht voll als ich drauf gedrückt hab du bist noch du oh lol du bist noch für 5 Minuten aus den Minigames gebannt da du eine Runde verlassen hast eins auf weißt du was? was ist das denn für eine Lowkacke? ich wollte doch nur mit dir in einer Party spielen bist du in der Lobby? guck mal in den Chat E hast du gesehen was ich in den Chat geschrieben hab? da steht bei mir nur ein E auf welcher Lobby bist du denn? ja das ist die Frage ich bin Premium Lobby alles klar ich komm welche Lobby bist du? ich bin in Lobby 1 ich komm in Lobby 1 ja und dann wiederhole ich nochmal was ich gesagt hab ok heavy ist oh hui hui ja 3 Minuten müssen wir warten ok ich muss dann versuchen irgendwie mich zu töten wenn kommst du auf Gommel? ja ok das war jetzt eine radikale Wendung Wamm ist voll wie in ja ich Premium ich nicht ja gut das stellt das schon wieder als problematisch dar hol dir doch Premium Plus die geben das ab 5000 Abos ich hab den jetzt schon 5 mal geschrieben die haben noch kein einziges mal geantwortet die sind voll liftet Momity Games der Pro ist halt Carsten Stahl und Zugriff du willst kämpfen du willst kämpfen kämpfen ja und dann reißt er sich sein Kick T-Shirt von der Brust und dann gehts los sein Kick T-Shirt und dann schlägt er so auf den und dann so 1 zu 1 genau so wenn du sie doch einmal anpatzt brech ich den jeden Finger dreimal eh 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 genau so macht er jetzt so geil Kasten Stahl ey es fängt an Moment so wir haben uns jetzt entschieden aufm Gommel Server einfach Survival Games zu spielen Eier 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 weil wir sind Carsten Stahl ja jetzt spawnen wir aber nicht nebeneinander da hinten bist du guck einfach gerade aus ja ich seh dich Arschloch ich schlag dich gerade ja du willst kämpfen ja ich will kämpfen ich kann zwar nicht aber ich hab ein Hühnchen ja lauf 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 wo bist du denn ach da der Tag fängt gut an ich hab Hühnchen ich bin gegen Blätter gelaufen das tat weh sollten wir nicht runter springen ich dachte grad hier sind so Liefs äh ja darfst du das? nein weiß gar nicht ob das so schlau war jetzt hier runter zu gehen ja guck zu und lerne da unten ist das so ein du bist doch so ein Gett da und wo pass auf pass auf warte pass auf MLG Cobweb hat nicht geklappt ja du hast zweieinhalb Herzen ich würde wegtrennen tue ich auch Mann warum klappt das denn nie wenn ich MLG Cobweb weppen will ich bin da ich bin da ich beschütze dich pass auf ich geh den da hinten jetzt Ease holen oh der hat ein verzaubertes Schwert schau mal schau mal ich schaue ja lauf komplett weg er weist mir den Weg er weist mir den Weg er ist da hinten bis hin zum Eribor ok ähm zum was? ja du hast kein Hobbit geguckt deshalb weißt du das nicht achso siehst du mal ein weiterer Hund Hobbit zu gucken oh der hat voll das geile Zeug für dich der hat voll das geile Zeug für mich da kill den guck mal Ease getrackt alter und ich booste dich jetzt hier drüber Alter das war gut ja hast du mich mit nem Schwert geboostet? nein warum hab ich dann Schaden bekommen? ja weil ich dich mit der Faust gehauen hab achso du hast ne Angel so ja aber mit der Faust kannst du einen viel weiter schlagen ok wir tenharden den also du hast 5 Herz dabei ich hab 5 Herz dabei ja also insgesamt tenhard ja wenn wir noch nen Herzcontainer finden dann können wir das noch auffüllen Herzcontainer warte oh sneaken sneaken guck dir das an da hinten oh lass da abstauben Digga lass da so richtig ich hab nen Goldhelm für dich er läuft einfach rein oh hat den erst abgestaubt ja man hat es gesehen weißt du die anderen laufen alle weg guck mal jetzt kaum kommen die Bosse an alter ich habe alle Angst vor Carsten Stahl ich schwöre musst du mich mal mit der Angel ja ich komm nicht ja ja der läuft weg kriegen wir noch komm den müssen wir im Deathmatch machen mit dem Platz hier der greift mich an warte oh leut lauf 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 wenn du den nicht kriegst hab der hat gerekt alles klar hä du hast ge- du hast ge- du wie- was hast du gesagt? wie viel- wie viel Leben hatte der? 1,5 ja siehst du ja siehst du ja warum sagst du mir das nicht? ja das das kann man nicht doch denken kann ich nicht ich bin Serot glaubst du ich kann mir irgendwas denken? ja wenn du das so sagst dann überdenke ich das nochmal nein ja dankeschön du- du sagst mir der hat anderthalb ich denke mir so ja komm den recke ich jetzt vor 5 minuten natürlich vor 5 minuten hat vielleicht die runde angefangen ach sei noch leise danke ich hab ein Herz ja sehe ich mit meinem nicht damage indicator so dass nur einer alles klar der zweite ist da hinten oh nein ich hänge im Kopf mit das hat er nicht bemerkt alles gut ich ghost jetzt einfach mal ja ne jetzt haue ich hier wieder die bowhacks raus easy ja DENITIVE hast du gewonnen DENITIVE 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 sag mal du kannst ja auch nicht schreiben ne ich komm nicht mehr auf dein Leben klar ich mach jetzt einfach Leute das war's das war's hiermit mit dieser Aufnahme mit diesen Aufnahmen schaut beim Leon vorbei der ist auf jeden Fall unten verlinkt der hat die ganze Sache ja noch für mich geholt ich hab gewonnen auf jeden Fall das dürft ihr nicht vergessen ich hab gewonnen er war mein treuer Gehilfe ja für hochqualitative Minecraft Gameplays bitte auf seinem Kanal vorbeischauen dann müsst ihr nicht immer bei mir gucken weil ich bin sowieso das Opfer und bis dann du hast das letzte Wort ja tschüss das war alles Gemüse Gurke bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal